ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk Aber guck mal ne? An der Hecke kann er schon mal so kommen Guck mal an! Nur wollte nur grad sagen Ich finde den Schildkülten Move hat er am besten drauf, oder? Hahaha Centrono Breakdance Yeah man! Und der Osten rockt Jawohl! Das ist richtig ARD Text im Auftrag von Funk 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 Lecker Schmecker Und was Klaus, bist du schon da rum Jörg? Ich will gar nicht wissen Ich lieb... Ich liebe Händl Oh hallo, was liebst du? Flügel Ich liebe Händl Ich will gar nicht wissen was er lebt grains Äh, weiter Sprecher Sagt ihr jetzt mal bitte Walter W,Ghäaah Walttraut Waltraut Die, die sie nicht aus dem Wald traut! Schwul! Guck dir diesen sexy Polizisten an, ne? Hässlich, schwul! Schön mit der Witze, schwule Polizisten! Sexy! Was hast du denn auf diesen Mann gemacht? Genau! Oh, das ist jetzt die richtige Kalle, das ich getragen habe! Kalle, ne gute Kalle! Ich schwimme mit dem T20! T20 rumcruisen, ja! Na gut, das macht man nicht mit dem T20, ne? Das macht man vielleicht mit so einem Jeep oder so, kann man das mal machen. Das muss man ja auch nicht machen, ne? Ja, naja ne... Wir haben einfach für dich! Was für mich? Eine Scheiße hier wieder, ey! Das ist zum Piepen! Sollst du nicht die Muge? Doch 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 doch! Na, und doch für dich! Sex, Sex! was hast du nur aus dem Schwein gemacht ist so hässlich ne? ich war jetzt trotzdem wie dein Auto halt die Schnauze ja Fickschwein hab ich doch Beleidigung Nummer 1 ist Walthera 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 hat jemand geschafft? ich schon hat er nicht gesagt ich bin wieder da Junge Schleswig-Holfe Bitch ich bin schon im Film ein Scheiß hier oh der Eisner hier du musst so guck dass du mit dem Einrad ganz jetzt leck mich nicht ab meine Fisse ganz oder gar gehn oder bleiben ganz oder gar nicht du musst dich entscheiden ganz oder gar nicht du musst dich entscheiden Naja, so ist das eigentlich. Eins kann mir keiner nehmen. Und das ist die pure Lust am übergeben. Eins kann mir keiner. Eins kann mir keiner nehmen. Eins kann mir keiner nehmen. Und das ist die Lust am übergeben. Buh! Und das kommt gleich noch her. Vergebt mich gleich hier bei dem Spiel, ne? Geil. Geil. Ich mach ein Schreiz. Sie sind piepen dieses... Ganz! Die Schamler so hin, ey. Die letzte Kommentar von ETS 2, Hanfball. Hanfball. Hanfball, ja. Hanfball. 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 Ayok spielt bestimmt Schwanzball. Alter! Mit Walter an Schwung. Walter. 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 Mann. Deine Mutter heißt Walter. Sie steckst im Knast. So geil. Deine Mutter heißt Detlef. Und zieht im DSF Trecker. Ey LKW. Meine Fresse. Trecker ist auch cool. Ja super. Trecker ist wirklich gut. Trecker ist wirklich gut. Trecker. Ja! Alte. Nicht mit mir ey. Das ist echt lächelig. Du gesicht Junge. Was willst zu ey. Was willst denn du ey. Alter. War beitraut. Hehehe. Komplett. Willst du mit mir gehen? Token in die Wände! Was ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn das? Boah, scheiße. Meinst du mich jetzt noch? Da ja die ganze Zeit ein dummes Lauf auf. Ich bin 27. 26. Nein! Alter! Du ehrst mich damit! Das ist total geil, ne? Boah, Alter! Gib mir böse Schimpfen ab ins Bett! Du büter Walter! Rieser! 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 Was ist los? 23 Uhr? Nein! Nein! Es fehlt dir nur noch ein Meter! Meter? Meter! Äh, ein Meter! Weiter! Ein Meter! Ein Meter! Fünf! Und... Äh... Ja! Geht aus! So geil! Mein Face ist schon aufgefallen! Leck mich am Arsch Jörg! Leck mich am Arsch Jörg! Es ist heute Multitwitch Tag! Was ist jetzt so? 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 Jörg! Es ist schaffe ich Mutter an! Es ist jetzt so! Oh, der ist natürlich Multitwitch an! Multitwitch! 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 Multitwitch ist an! Äh, Twitch! Entschuldigung! Multitwitch ist an! Da kennt ihr ihr Mutter! Oh, das ist Muttertwitch! Ja, könnt ihr meine Mutter mal kennenlernen! Die Waldtraut! Die sind nicht aus dem Waldtraut! Oh, witzig! Ja, Waldtraut! Ja, Waldraut! Lass die Leute in Ruhe! Sonst wieder, äh... Hopf mal! So, ich hab jetzt stehen! Gäste schweiß! Ich finde dich, Junge! Bring ich Walter mit! Debbie Triple! Danke für dein Follow! Kerem Skater! Danke für dein Follow! Äh, was ist denn heute los, ey? Lauf euch so viel Scheiße, ich muss das Maul halten! Das passiert immer wenn ich das Maul noch mache! Du hab geschaut, ich sollte Klaufe halten! Mach shit! Ab jetzt fünf Minuten! Dann knacken wir die 100 heute noch. Hohoho. Fünfe fehlen noch. Was fehlt noch? Fünf Follower brauch ich noch, hab ich schon noch. Dann geht's morgen los in einen YouTube-Kanal einstellen. Klatschen? Aber nur die Eier. Eier. Eier und sie. Eier und sie. Meine Mutter ist so dumm. Sie werft eine matschige Zitrone auf den Boden und ruft los Pikachu. Schön. Ach so, ich soll halt eigentlich nicht. Ach so, ich soll halt eigentlich nicht. Ja, das stimmt. Nur kranke Leute hier. Wie bitte? Wie bitte? Ich hab da grad so'n Pfeilchen im Ohr. Wie bitte? Ich hab'n leises Mutti gehört. So, kennst du? Mama! 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 Gucki! 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 Oh, hallo was ist das für so'n Scheißgeleister! Du ein Fiksort! Gucki! 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 Oh ey, die sind so Dreck-Scheißen! Die sind so gut! Hallo! Denk an, es ist Jugend! Ah, Jugendschutz fällt gerade aus! Das ist so mensch, da gibt es kein Jugendschutzgesetz mehr! Ich bin schon mit mir verarscht, das ist halt! Ja, schreck mich nicht so, ich bin einfach mal! Alles gut, gut einstellen! Trollsky! Er haut mir die ganzen... Smileys und Creeper ins Gesicht! Tja, Petty, da hast du vielleicht recht! Jugendschutzgesetz wurde gelöscht! Oh, warum?! Das ist ein Tüffle-Ener! Was ist denn du denn? Das ist ja unglaublich! Schön dann! Da geht's mal! Ich hab's dir nachgemacht! Hallo! 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 W-W-Walter! Alter! W-Walter! W-Walter! W-Herr! Herr Hütenbecker! Warum hast du dich gelöscht? Hat mich gerade ernst genommen mit dem Schutzgesetz? Nee, gar nicht. Das ist klar. Du bist ein bisschen schrecklich. Mit deinem Brief. Brief? Toll, jetzt bin ich letzter. Ja. Ja. Nee, bisschen. Hast du den Punkt erhalten? Ja, genau. Lässt du immer aus, der Film, ne? 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 Scheiße, ich hab jetzt auch nicht gehört. Von allem, dass du das sehen kannst, ne? Ja, dein Rücklicht ist kaputt. Ja, klar. Du kannst bitte mal hinterfahren, und mal gucken, wie der geht. Hallo. Jo, Wani, ist ja nichts alles klar bei dir? Ja. Ja, du bist der erste Hilfemann. Ja. Die Anbel liegt da und heult. Hallo. Sind sich ja viele von anderen egal? Ja. Ja. Ja, komm wir rein. Jawoll. Ja, ich bin schon drin. Ja, in der Forzge. Da bin ich drin. Wie jetzt weiter? Wie jetzt weiter? Schreibt der Barney gerade bei mir in den Schritt. Wie jetzt weiter?